Ja, jetzt bin ich da. Das siehst du doch. Ja, hat ja auch lange genug gedauert. Zeig dir gleich, was lange dauert. Hehehehe. Okay, fangen wir mal an. So, und starte mal das Scheißspiel. Aha, Scheißspiel. Interessant. Ja, wir sind scheiß Morgen. Ja, diesen Morgen vor allen Dingen. Wie das Brandenburger Tor gebrannt hat in den Todessternen. Ja, das ist Bescheid. Aber ihre Aufgabe trieb sie weiter. Ja, das haben wir ja schon gehört. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder bei dem Rätsel. Ja, jetzt sind wir wieder mit dem Scheißding hier. Oh Mann. Was soll, wie war die Steuerung hier nochmal? Vor, zurück, springen, alles klar. Das Spiel hat doch keine Steuerung. Ich weiß noch, wer keine Steuerung hat hier, ich sag's nicht. Direkt da. Fange es, fange es, da komm. Nein! Er hat's erwischt, ist ja voll mies. Okay. So, wie ging das jetzt nochmal? Wasser dahin. Willst du Le Magia machen? Ne, ich mach Le Magia. Le Magia? Le Magia de Fromage? Ja, weißt du Bescheid. Ach, ich hab glaube ich noch nicht den einen Perk, oder? Für die Bretter? Ja, ich hab den Bretter-Perk noch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, super. Haben wir das das letzte Mal gemacht? Da wird bestimmt irgendwo was rumgelegen, was wir benutzen können. Ah, Pflanze! Wie schnell der Magia da auf einmal sein kann. Ja, ich guck grad mal hier. Ah! Ich bin tot. Wieso bist du tot? Ähm, weil... Weil... Ja, genau. Nein, jetzt renn ich da auch noch hin und stirb. Wie war das? Nein, ich stirb halt. Der stirb, komm. Nein! Weißt du schon, dass auf der einen Blume so ein Rückkehrdings war. Auf dem Platz. Wie komm ich da jetzt hoch? Gar nicht. Sully könnte eigentlich so als negativer Dokumentator drin bleiben. Im Spiel. Danke. Wenn er Bock hört. Komm ich da jetzt zurück? Scheiße. Gern negativ. Wurde geboren. Kann ich das Ding nicht irgendwie drehen, oder so? Nee, nur kannst du das nicht drehen. Aber... Ja, schieß drauf. Steh ich drauf, wenn du drauf schießt. Weg da. Boah, wenn wir uns das ernsthaft wegen dem Ding hier ein Video ansehen müssen, dann krieg ich die Krise. Quatruppel. Ne, 2.6. Ne, 2.6. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab jetzt alle Punkte bei mir zurückgesetzt. Ich glaub ich kann ja unter den Raub gucken. Will ich doch mal einen Schluck von meinem Hustensaft. Schmeckt... Ein Alder-Such. Boah... Steckt das widerlich. Darf ich mal den Magier spüren? Achso, ja, kommt nicht aus. Sein mächtiger Magier kann machen, dass die Luft stimmt. Oh, ja. Soll das sein, wenn das Fertz ist? Aua! Ich hab mal eine Planke gemacht. Das ist ein Aua. Hey, das könntest du da hinhauen. Ja. Oder auch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, du schaffst es noch ein Stück. Deine Kiste ist im Weg. Das ist nicht meine. Komm. Wo hast du die doch hingeschmissen? Bullshit. Ich glaube, wenn ich dann in der Aufnahme huste, dann schneide ich das irgendein, und mach da ein Geräusch drunter, so ein Schrein in diesen oder so. Nein, genau. Immer wenn man irgendwie versagt, so... Nein, genau. Tö, töm. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Warte mal, dann muss man uns... Aber er hat mich zu verprügeln. Ah, warte, warte, so sehr. Sieht das gut aus? Sieht das... Näh. Da hinten ist es. Ja, genau, jetzt ist mein Rund. Okay, das bringt nichts, alles klar. Und so. Aufs Platz. Nee, bringt auch nichts, das muss weiter. Normalerweise reicht aber ein Schalttopf. Ja, aber da ist doch nicht bei allen Tropfen rangekommen. Na, komm mal. Ja, das muss schon da sein, ne? Keine Ahnung. Ja, ich hab auch nicht. Das sehe ich aus, ob ich Ahnung hätte. Wieso? Das ergibt keinen Sinn. Aha. Und jetzt? Aha. Nee. Hat nicht hingehauen. Bin mal nicht geduldig genug. Sag einfach Bescheid, wenn du was auch brauchst. Okay. Jetzt läuft alles unter der Pflanze rum. Geil. Moment. Okay, so klappt es bestimmt. Okay. Alter, das sieht die ganze Zeit aus, als würde ich auf so einen ekligen Pickel schießen. Das ist voll eklig. Tähähähäh. Fuck, weg. Scheiße. Tähähähähäh. Okay. Das ist trotzdem noch nicht weit genug. Okay. Verdammte Scheiße. Druck. Das. So. So. Ja. Jetzt schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber! Was machst du denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Jetzt rüber! Noch weiter, 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 weiter! Noch ein Stück, noch ein Stück! Na geht doch. Wahnsinn. Was ist das Beste ist? Ich hab das alles aufgenommen. Echt? Ja. Oh Schlinge. Okay, warte, dann machen wir hier jetzt. Dann standen hier jetzt die Aufnahmen. Warte, ich komm noch zu dir rüber. So. Dann. Drei. Zwei. Drei. Warte. Willi.